Stellt euch vor, Apple hat heute Geburtstag. Ich will sie überraschen. Ich bitte Ashley um Hilfe. Ah, es klingelt. Hallo Briar, wie geht's? Danke gut. Heute ist Apples Geburtstag. Hilfst du mir bei den Vorbereitungen? Die Party wird bestimmt super. La 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 la. La 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 la. Mal schauen, was ich alles brauche. Für den Kuchen brauche ich Milch. Und natürlich Eier. Hier habe ich frische Äpfel. Oh, das ist bestimmt Ashley. Hallo meine Liebe. Hi Briar. Ich habe den Mädels Bescheid gegeben. Sie kommen auch gleich. Na prima. Lass uns den Kuchen machen. Dazu brauche ich den Mixer. Noch Milch in den Teig. Und jetzt verrühren. Sind die Äpfel schon gewaschen? Oh, das habe ich vergessen. Jetzt sind sie sauber. Ich muss sie in kleine Stücke schneiden. Ab in den Ofen damit. Da sind wir. Hi Mädels. Wir decken gerade den Tisch. Lass uns die Geschenke ins Wohnzimmer bringen. Der Kuchen ist gleich fertig. Äpfel freut sich sicher, uns alle zu sehen. Das hoffe ich doch. Wir freuen uns auch. Das wird eine tolle Überraschung. Hier kommt der Kuchen. Mädels, versteckt euch. Und ich mache das Licht aus. Äpfel kommt sicher gleich. Gute Idee. Ich verstecke mich hinter dem Sofa. Und wir gehen ins Schlafzimmer. Seid schön leise, Mädels. Hallo. Warum ist denn das Licht aus? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday, Apple. Hey, was für eine tolle Überraschung. Wow. Alles Gute zum Geburtstag, Apple. Alles Gute. Hey, was für eine tolle Überraschung. 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 Vielen Dank.